Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer. Wie immer um diese Uhrzeit, eine neue Man-of-the-Match-Karte wird gleich released. Diesmal wird es Joao Moutinho vom FC Porto sein, der die entscheidende Flanke auf Ronaldos Kopf gebracht hat, sodass Ronaldo einen tollen Kopfball ins Tor machen konnte und somit Portugal ins Halbfinale geköpft hat. Ich fand, Portugal hat überaus verdient gewonnen, hat auch sehr gut gespielt, in der zweiten Halbzeit zumindest. Zu den Attributen kann ich nur folgendes sagen, er ist ein sehr gut ausgeglichener Spieler, er wäre ein super Mittelfeldspieler. Und diesmal zeige ich euch keine Lilane Karte, weil EA nicht dazu fähig war, eine Lilane Karte zu präsentieren. Sie haben nur dieses Attributenfenster präsentiert. Mich interessiert es wie immer, habt ihr ihn vielleicht schon gezogen, wollt ihr ihn ziehen, macht ihr ein Pack-Opening. Was haltet ihr überhaupt von dieser Karte, von diesem Spieler? Und von meiner Seite aus kann ich nur sagen, ich werde ihn nicht ziehen, ich werde ihn nicht kaufen. Erstens keine Kohle, zweitens kein Pack-Opening möglich, leider. Aber bald mache ich wieder ein Pack-Opening, ich habe noch ein, zwei auf meiner Festplatte. Bis dahin, schreibt fleißig in die Kommentare und ich sage, ciao, euer Haxenbeier.